Die Sternzeichen sich verhalten, wenn sie jemanden wirklich lieben. Let's go! Und wir starten mit dem Wagen. Wagen sind ziemlich sprunghaft und ziemlich flirty unterwegs. Aber wenn sie jemanden lieben, dann haben sie wirklich nur noch Augen für diese eine Person. Und sie werden alles dafür tun, dass du glücklich bist. Alles. Sie stellen sich selbst definitiv an zweite Stelle. Wenn sie jemanden wirklich lieben, machen sie auch mal Dinge, die sie persönlich vielleicht nicht so glücklich machen. Einfach um die Person glücklich zu machen. Next Skorpion. Wenn ein Skorpion liebt, dann liebt er wirklich mit allem, was er hat. Es dauert ziemlich lang, bis du das Vertrauen eines Skorpions hast. Aber wenn er dich dann wirklich liebt, dann wirst du alles über ihn wissen. Und ein Skorpion will alles über dich wissen. Alles. Was du machst, wo du bist, um wie viel Uhr du wo bist. Die sind kleine Stalker. Sie sind manchmal ein bisschen zu anhänglich. Manchmal schweift es in Kontrollsucht aus. Next Stier. Stiere zeigen ihre Liebe nicht jede Sekunde. Es ist quasi ein wertvolles Gut, wenn dir ein Stier seine Liebe zeigt. Du musst es dir quasi verdienen. Stiere sind auch ein bisschen schüchtern einfach. Aber sie zeigen es auf jeden Fall durch viel Körperkontakt. Aber alles eher ein bisschen undercover. Wenn ein Krebs dich liebt, dann fühlt es sich ein bisschen so an, als würdest du nach Hause kommen und die Wohnung riecht schon nach frisch gebackenem Kuchen. Es fühlt sich einfach schön an und du wirst es merken, weil sie es dich wissen lassen werden. Geben sehr viel Acht auf dich. Machen dir viele Komplimente. Einfach weil sie wollen, dass du weißt, wie super du bist. – Ich würde mich gut überlegen. – Hil just. mega lifegel. r